30. Bundesliga-Spieltag, zwei Top-Wetten für dein Tipp-Wochenende und natürlich wieder unser richtig dickes Gewinnspiel. Also bleib dran, damit du nichts verpasst. Ja, moin Freunde, die Bundesliga ist auf der Zielgerade so langsam. Es wird noch richtig spannend. Bayern-Dortmund wird natürlich eine enge, enge Kiste. Ich habe so ein bisschen Sorgen um die Dortmunder mit den letzten beiden Spieltagen in Augsburg und dann noch Mainz zu Hause. Das könnte richtig eklig werden. Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, aber ich drücke Ihnen wirklich die Daumen, dass mal diese Serie jetzt abreißt nach all den Jahren bei den Bayern. Schauen wir mal. Abstiegskampf auch, alles offen. Absoluter Knaller natürlich jetzt auch noch Schalke-Werder um 18.30 Uhr, das Topspiel. Da könnte sich sehr viel vorentscheiden für die Schalker. Stuttgart empfängt schwächende Gladbacher. Also sehr relevante Matches an dem Wochenende. Wenn Dortmund im Derby bei Bochum stolpert, glaube ich nicht dran. Aber das wäre natürlich auch eine krasse Story. Ihr seht jede Menge los. Allerdings auch vom Wetten echt schwierig. Sehr viele enge Matches. Quoten super gut gelegt von den Buchmachern. Es ist nun mal um die Jahreszeit so. Ihr wisst, wir erzwingen nichts. Aber natürlich habe ich euch wieder Wetten mitgebracht. Und dann gehen wir doch mal direkt rein. Zum ersten Mal in diesem Jahr wagen wir uns an ein großes Bayern-Handicap. Kann ich direkt schon mal sagen. Hertha gegen Bayern, das könnte eine bittere Nummer werden. Bei Hertha kocht es natürlich richtig nach der Heimpleite gegen Werder. 2 zu 4 ging es aus. Individuell richtig schlimme Fehler in der Abwehr. Absolutes Chaos. Also das sah wirklich grauenhaft aus. Unter der Woche ist es dann noch eskaliert beim Training. Sundic ist jetzt raus bis zum Ende der Saison. Dardai sagte wörtlich, verpiss dich und weg war er vom Trainingsplatz. Also ihr seht schon, da geht es richtig rund bei Hertha. Hertha ist so eine Mannschaft, die on the road, also bei Auswärtsspielen, tendenziell öfters mal in der Lage ist, richtig auseinanderzufallen. Da fehlt einfach dieser Zusammenhalt, die Geschlossenheit, was so eine Mannschaft stark macht, auswärts gegen einen großen Gegner wie die Bayern. Und bei Hertha wird es jetzt noch schlimmer. Jede Menge Spieler fallen gesperrt, suspendiert oder verletzt aus. Bis zu 8 Spieler müssen aus der Jugend hochgeholt werden. Also sie gehen wirklich mit dieser richtig schlimmen Ausgangslage und einer absoluten Rumpftruppe nach München, wo die Bayern jetzt einiges zu beweisen haben im Kampf um die Meisterschaft und die werden da richtig Frust ablassen, glaube ich. Schauen wir mal rein in die Expected Goals der Bayern in den letzten Spielen. Es war wirklich nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Die Bayern haben 1 zu 0 in Freiburg gewonnen, haben hier sich eigentlich 3,83 Tore herausgespielt. Ihr seht schon, da hat es ein bisschen gemangelt am Abschluss. 1,75 zu 0,34 gegen Hoffenheim. Sehr unglückliches Unentschieden. Und bei Mainz waren sie insgesamt nach Expected Goals auch die bessere Mannschaft. 1,5 zu 2. Muss man ihnen durch den Vorwurf machen. Man darf da nicht in der zweiten Halbzeit das dann sich so reinschnüren lassen von Mainz. Alles vergessen. Also wirklich, Hertha ist der beste Aufbaugegner, den man momentan haben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier derart rappelt. 5, 6 Tore von den Bayern. Absolut vorstellbar. Mit all den Offensivproblemen, die sie haben. Also das sagt schon einiges. Ich bin in den letzten Wochen immer auf Untertore bei den Bayern gegangen. Sehr erfolgreich. Aber hier sehe ich wirklich, dass Hertha ordentlich die Hucke vollkriegen könnte. Wir haben uns hier am frühen Markt leicht abgesichert. Bayern Handicap minus 2,25. Was sagt uns das? Wenn die Bayern mit zwei Toren Unterschied gewinnen, halbes Geld zurück und alles drüber gewinnen wir. Hätte ich früher niemals gemacht bei den Bayern in so einem Spot. Da hätte ich 2,5 gekauft zu einer 1,96. Und da wäre glasklar gewesen, was passiert. Ich habe leicht recht Zweifel mit ihnen, wie es momentan nun mal so ist. Aber unterm Strich minus 2,5 Handicap zu einer höheren Quote. Super gut spielbar. Das könnte echt bitter werden. Ja Freunde. Und wenn ich in der zweiten Bundesliga anfange rumzukramen fürs Video, dann wisst ihr schon. In der Bundesliga ist es gerade echt nicht so attraktiv. Wirklich ein sehr gut gesetzter Spieltag von den Quoten. Eklige Matches. Aber warum auch nicht aus der zweiten Liga mal was nehmen? Weil da wird es nochmal richtig interessant. Lautern hat sich ja zum einen auf dem Ausstiegsrennen Farbschild vor einiger Zeit, aber auch auf der anderen Seite jetzt auch den Klassenhalt mittlerweile gesichert. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger für Lautern. War spielerisch echt schon dünn in letzter Zeit. Nur übertroffen von Rostock natürlich. Also Rostock ist wirklich offensiv derart grauenhaft unterwegs auf Platz 17. Mal beispielhaft die letzten beiden Spiele. Da haben sie sich 0,1 Tore rausgespielt in Paderborn. Und 0,4 in Magdeburg. Magdeburg ist jetzt wirklich kein Defensivteam. Also ihr seht schon, Rostock hat massive Probleme offensiv, vor allem auswärts. Lautern kann mittlerweile so ein bisschen in Cruise-Control-Mode gehen. Sie werden das nicht abschenken, das Spiel, glaube ich nicht. Dafür ist es auch zu Hause auf dem Betze eine viel zu krasse Kulisse. Aber sie müssen nicht mehr zu 1000% performen. Und Rostock, die werden sich zerreißen. Die brauchen jeden Punkt und spielerisch klappt es nicht. Also da wird viel Kampf sein. Was man für die Wette jetzt so ein bisschen mahnen sehen muss, dass Beuth wieder da ist beim FCK. Absolut wichtig. Der Top-Stürmer bei ihnen. Das ist so ein leichter Zweifel, den ich habe. Aber nichtsdestotrotz sehe ich hier eine enge, zerfahrenere Kiste. Rostock wird viel wollen, aber nicht viel können. Und ja, also ich könnte mir hier gut vorstellen, dass das Spiel mit einem Torunterschied ausgeht. Und somit sind wir hier zu unter 2,75 Toren gekommen. Was heißt das? Bei 3 Toren gibt es das halbe Geld zurück. Erst bei 4 Toren verliert man ganz. Das kann ich mir hier nicht vorstellen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Lautern Rostock hier 3 zu 1 abschießt. Oder 4 zu 0. Ein 2 zu 2. Ein offener Schlagabtausch. Alles nicht so ganz realistisch. Ich denke mal, Lautern wird überlegen sein. Rostock wird viel probieren, aber nicht viel hinkriegen. Und dann wird das hier so um 1 zu 0, 1 zu 1 rum ausgehen. Worst Case sehe ich hier tatsächlich 2 zu 1 Lautern, wo es das halbe Geld dann zurückgibt. Und somit ist eine schöne Wette. Und das 2,5 würde es mir nicht so gefallen. Aber die 2,75, die kann man um eine 1,70 Quote rum sehr gut mitnehmen. Wie immer, wenn unter der Woche nicht so viele Wetten rausgegeben werden, dann bleibt natürlich sehr viel mehr Action am Wochenende für uns über. Aber jede Woche haben wir in unserer Telegram einige Free Plays für euch, die wir aus unserem Top-Service für euch dann noch rausschicken in die Free Group. Also joint gerne in die Gruppe, die unter dem Video verlinkt ist, damit ihr am Wochenende die Bets dann nicht verpasst. Letzte Woche hatten wir hier die Überwette bei Darmstadt gegen KSC, die wir gewinnen konnten. Und ja, unter 3 Tore, also bei 3 Toren gibt es das Geld zurück, hatten wir bei Hoffmann gegen Köln. Und guckt euch mal die Tore an. Also, wenn ihr euch mal am Wochenende richtig ärgern wollt, dann sind wir natürlich auch für euch am Start mit der Gruppe. Das Guardiola-Gift, das zeigt, glaube ich, ganz gut die Stimmung. Das war schon eine der härteren Nummern dieses Jahr. Aber gut, es passiert, ne? Gehört dazu, joint rein in die Gruppe für Wetten am Wochenende. Wie immer, auch unser PaySafe-Card-Gewinnspiel. Bis zu 1.000 Euro könnt ihr gewinnen. Kommentar bis Samstag, 15 Uhr. Ergebnisse für das Bundesliga-Topspiel und ein Torschütze von dem Match 0 zu 0 ungültig. Alle Ergebnisse der Bundesliga-Sonntagsspiele. Da seid ihr dieses Mal mit guten Chancen dabei. Nur zwei Matches. Editierte Kommentare und Multicounts nicht zugelassen. Alles richtig. 1.000 Euro PaySafe-Guthaben von uns. Sollte es keiner schaffen. Der beste Samstagstipper erhält eine kleine PaySafe-Card. Ich habe euch einen Beispielkommentar drunter verlinkt, wie es aussehen sollte. In der letzten Woche hatte Ralf noch Pech. Diese Woche hat es geklappt. Ich gratuliere dir. Dich haben wir als besten Kommentar für den Trostpreis rausgefischt. Lass uns eine E-Mail zukommen mit einem Beweis, dass es dein Account ist. Und dann lassen wir dir deine PaySafe-Card zukommen. Gratuliere. Ihr hört uns schon wieder sehr bald im nächsten Podcast. Sucht uns auf Spotify. Sucht uns auf Apple Music, also auf iTunes. Dort findet ihr uns unter Professional Tips, dem Bundesliga-Podcast. Da wird auch den ganzen Sommer über Content kommen. Und ansonsten liked das Video, lasst einen Kommentar da und followt natürlich rein. Wir hören uns sehr bald. Ciao.